Herzlich Willkommen zu einem weiteren Astrologie Video. Ich bin Oliver Ehreni, Astrologe und medialer Energetiker aus dem schönen Linz und ich möchte heute aus aktuellem Anlass ein Video machen zum Thema Politik und Gesetz und ich möchte da heute ein konkretes Beispiel, es ist ein Beispiel Horoskop, das ich heute besprechen möchte und jegliche Ähnlichkeit zu lebenden oder verstorbenen Personen ist dann rein zufällig, das einmal vorausgeschickt. Punkt 1. Punkt 2, wenn ich dieses Horoskop, dieses Video heute mache, bezieht sich das wirklich auf astrologische Aussagen, weil das Interessante ist, in dieser Zeit, ich möchte einfach nur mal darstellen, wie präzise Astrologie funktionieren kann, wie gesagt an diesem sehr zufällig gewählten Beispiel eines Politikers, der halt vielleicht mit der Justiz zu tun bekommt und wir schauen uns das heute einfach astrologisch an, aufgrund der Transite. Das möchte ich kurz mal vorweg schicken, die Astrologie, schau dir aufs Geburtshoroskop. Das heißt, der Zeitpunkt und der Ort und das Datum, wo du geboren bist, da sagt man, der Himmel über deiner Geburt, wenn du so möchtest, beinhaltet eigentlich schon große Lebensthemen von dir selber. Und wenn wir jetzt einen Bezug zu aktuellen Themen darstellen möchten und herstellen möchten, gibt es astrologisch mehrere, gibt es mehrere Methoden. Eine sehr beliebte Methode sind die Transite dazu. Das heißt, man schaut sich den aktuellen Sternenhimmel an und setzt den in Bezug auf das Geburtshoroskop. Das ist auch das, was ich heute machen werde. Es gibt noch mehrere Möglichkeiten. Es gibt die rhythmischen Auslösungen, es gibt Direktionen. Das spielt aber jetzt alles keine Rolle. Das sind alles so Analysen und Analyse-Tools und je nachdem, wie welcher Astrologe halt damit arbeitet. Wir schauen uns heute die Transite an. Wie gesagt, an einem Beispiel, ich schicke es noch mal voraus, Ähnlichkeiten mit Lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und natürlich in keinster Weise beabsichtigt. Also bitte keine Rückschlüsse ziehen, dass da womöglich irgendwas Aktuelles dran wäre gerade. Noch dazu Politiker, die mit der Justiz zu tun bekommen, um Gottes Willen. Ich spreche jetzt von österreichischen Politikern nebenbei bemerkt. Okay, gut. Dann schauen wir uns das mal an. Und zwar, wir starten mit dem Geburtshoroskop. Das heißt, das ist jetzt einfach mal das Horoskop, das ich jetzt ganz kurz mal analysiere, dass wir mal so die Themen feststellen. Nämlich die wesentlichen Themen, dieser Big Player. Das heißt, das ist ein völlig an den Haaren herbeigezogenes Beispiel. Ich möchte es noch einmal sagen. Und zwar haben wir hier eben dieses Horoskop des Politikers. Was da auffällt, ist jetzt einfach einmal die Sonne in der Jungfrau. Und wo die Sonne steht, die steht da im Zweier. Und jetzt nehme ich auch die Häuser mal her. Die Häuser bezeichnen immer so die Themen. Das ist so das eigene Revier. Und auch das Volk. Und eine Jungfrauensonne. Da geht es darum einfach, das ist jemand, der dienen lernen soll. Und der da, ja, also der auf jeden Fall irgendwie dienen lernen soll. Das heißt, das wäre jemand, der fürs Volk strahlt mit der Sonne in zwei. Also das ist jemand, der strahlt fürs Volk. Der ist auch präsent fürs Volk. Aber der sollte mit der Jungfrauensonne dienen lernen. Das andere ist eben ein Teil der Jungfrau ist noch ein bisschen so dieses analytische. Aber bleiben wir mal beim Dienen lernen. Und das wäre in dem Fall auch Thema des Horoskops, wenn man den Aszendenten anschaut, den Löwe-Aszendent mit der Jungfrauensonne. Also das ist eben so jemand, der möchte sich selber ausdrücken. Wo drückt er sich aus? Beim Volk, beziehungsweise dann auch in seinem eigenen Revier wäre das möglich. So mal kurz heruntergebrochen die Sonne. Wenn wir dann weiterschauen, was noch spannend ist, ist dann im Dreierhaus. Das ist so dieses Dreiertortenstück. Da sehen wir, dass die Venus in der Waage steht. Und das ist jemand, der sehr charmant sein kann. Das ist jemand, der sich charmant versöhnlich ausdrücken kann. Der sehr genau austarieren kann, wie er was sagt. Und da sehr sehr bedacht drauf ist. Und auch jemand, der natürlich sehr charmant ist mit der Venus in der Waage. Da hat man schon eine gewisse Ausstrahlung und kann auch eben sehr gut reden. Und vielleicht auch jemanden ein bisschen, ich sage mal, einlullen. Weil man eben, wie gesagt, diesen Charme hat. Das ist so der nächste Punkt, auf den ich hinweisen möchte in diesem Horoskop. Der nächste Teil, der interessant ist, ist dann so bei diesem Viererhaus, wenn man sich das anschaut. Und ich schaue jetzt nicht, bewusst nicht auf jeden Aspekt, weil sonst würde das einfach zu weit führen. Aber beim Viererhaus, da sehen wir so, das ist so dieses Innerste. Das ist so auch das, wie ich fühle. Auch so diese Herkunftsfamilie. Da sieht man, okay, harmonisches Elternhaus mit der Waage. Und da ist allerdings der Skorpion drinnen. Und der Pluto, der Planet Pluto, steht im Skorpion drinnen. Und wenn man jetzt eben so an dieser Stelle, wo dieses Horoskop auch diesen Pluto stehen hat, wenn man das da hat, dann kann es sein, dass man auf der einen Seite kann das auf Traumata hinweisen. Aber das spielt jetzt für die Politik und Gesetz über das, um was es geht, jetzt nicht so diese Rolle. Aber das kann auch sein, dass man eben sagt, okay, das, was ich glaube zu fühlen, das ist einfach nur eine Vorstellung von meinem Gefühl. Das ist nicht das Fühlen selber, sondern die Vorstellung vom Gefühl. Da gibt es einen Unterschied. Ist das so nachvollziehbar, wenn ich jetzt sage, okay, ich spüre jetzt mein Gegenüber oder ich stelle mir vor, mein Gegenüber zu spüren. Und da kann es auch sein, dass man über Pluto im Skorpion nicht so ganz offen, nicht so ganz ehrlich ist, beziehungsweise natürlich auch die eigenen Vorstellungen sehr, sehr stark spürt und dann aber auch glaubt, das ist dann auch für einen dann so die Realität. Das hat dann Realität zu sein. Und das ist so ein Punkt, den merken wir uns dann für später, weil das wird dann über das Gesetz interessant. Dieser Punkt, dieses, das, was ich für, das, was ich zu fühlen glaube oder das, was ich mir vorstelle zu fühlen, ist auch das Echtgefühl, ist ein wichtiger Punkt. Dann kommt der nächste wichtige Punkt bei diesem Horoskop. Das ist der Saturn, wenn man sich den anschaut, der steht da bei der Spitze vom fünften Haus. Fünftes Haus ist Schütze. Das heißt, da ist man noch einmal, also da ist man optimistisch, da repräsentiert man so eine gewisse Kraft. Und mit Saturn an der Spitze hat man auch so ein gewisses, ja, so ein gewisses Autoritätsbewusstsein beziehungsweise hält sich auch relativ schnell mal für den Chef. Ja, das kann dann schon sein. Was auch spannend ist, das fünfte Haus ist ja auch noch die Sexualität mit, mit den Uranus-Sexualität. Da ist man sexuell so ein bisschen flexibler, sagen wir mal. Ja, also das kann sein, dass da so die klassischen Rollenbilder sexuell ein bisschen aufgehoben werden mit Uranus im Fünferhaus. Ja, und dann ist auch noch der Neptun drinnen im Fünferhaus. Also das ist auch noch einmal so, oft einmal ein bisschen so dieses Verschleierte, sich nicht ganz so zeigen, wie man eigentlich ist. Also das kommt da auch mit dazu. Also da ist immer so eine gewisse unterdrückte Komponente mit in diesem Horoskop drinnen. Wir haben dann den Mars und den Mars im sechsten Haus. Das ist sechster Haus ist so Arbeitsalltag. Das gilt für einen gewissen, also da ist man, da hat man einen gewissen Einsatz, da hat man eine gewisse Energie dahinter, einen gewissen Nachdruck auch. Also man will sich, man will eigentlich dann auch in der Arbeit das durchsetzen, was man selber will. Ich will. Also Prinzip Mars wieder ist ich will. Und das ist eben auch so dieses, das sieht man auch im Zehnerhaus, das ist dann so die Bestimmung. Da oben ist auch noch einmal dieses, ich setze mich selber, ich setze da meinen Kopf durch, mein Wollen durch. So, schauen wir noch einmal rein. Was nämlich noch interessant ist, ist dann, ja, im siebten Haus, das ist das Begegnungshaus oder wie ich auch auf andere wirke, siebtes Haus, ist der Wassermännisch. Das heißt, da ist er vielleicht, da wirkt er neu, wirkt interessant, wirkt spannend, was natürlich auch für die Politik einen gewissen Vorteil bringt. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jemand, der neu wirkt, der, der was neu machen kann und so präsentiere ich mich auch. Also das steht da auch in diesem Horoskop drin, also ganz spannend. Dann haben wir so im Achterhaus so das Fische, also das ist so diese, diese schon, diese Verbindung, aber die vielleicht nicht ganz so öffentlich werden will, auch wieder, also ein bisschen so das Geheime mit drinnen. Und dann kommen wir jetzt, und das ist jetzt das, ähm, das spannendere Thema da, das ist jetzt eben der, der Witter im Zehnerhaus. Also ich habe schon gesagt, das ist so, ich setze mich durch. Und da ist der Stier eingeschlossen. Das ist so dieses grüne Hörndlviech ganz oben im Zehner, da ist der Stier eingeschlossen. Und Stier steht noch einmal fürs Volk. Das heißt, da ist jemand, der sich auch für das Volk, für die Herde, also der das dann auch beruflich womöglich macht, Volk, Herde, ja. Da ist jemand charmant und wirkt charmant auf die Herde, ja. Also der Stier ist, die Herde ist im negativen Sinn. Die positive Gruppe und die Herde wäre so der negative Sinn des Volkes. Das ist so die Masse, ja. Die ja, die ja eigentlich, ähm, ja, das Individuum ist immer intelligent, die Masse ist immer dumm. Gibt so einen Spruch und das wäre eigentlich so im Negativen zu sehen. Ja, also das wäre so dieses, dieses Horoskop. Man kann dann noch im Elferhaus schauen, okay, Gruppen, was für Gruppen, da wird viel geredet, da wird viel dargestellt. Also das ist, da hat dieser Politiker da Interessen hin. Und jetzt wird es interessant. Also jetzt haben wir den einmal so umrissen, diesen, dieses Beispiel, dieses Politikerbeispiel. Und jetzt schauen wir uns die Transite dazu an. Äh, wie gesagt, das sind jetzt so die aktuellen Sachen. Und, äh, das Interessante bei dieser Geschichte ist jetzt, wenn wir uns die Transite anschauen, da sieht man außen ebenso, was da jetzt gerade läuft. Und ich habe ja gesagt, Überschrift ist Politik und Gesetz des heutigen Videos. Und das Gesetz wird immer durch den, ähm, durch den Steinbock repräsentiert. Steinbock, Saturn, ist der Richter, ist der Anwalt, ist das Gesetz, ist die Ordnung, ist das für alle Allgemeingültige. So übersetzt man das astrologisch. Und jetzt kommt das Coole. Und da sieht man jetzt, also wenn das jetzt ein echter Politiker wäre, was es ja nicht ist, äh, dann würde diese Person wohl mit dem Gesetz konfrontiert werden. Warum, sage ich gleich. Wenn ihr da jetzt schaut, oder wenn du da mal schaust, jetzt da beim siebten Haus, da steht jetzt dieser Saturn beim Wassermann drinnen. Das ist ja was, was uns Mondan auch begleitet. Das erkläre ich immer wieder bei den, bei den Neumondhoroskopen und habe es auch zur Jahresprognose gesagt. Und da steht eben dieser Saturn im Wassermann. Und das hat ja dieser Politiker im siebten Haus, das heißt im Haus der Begegnung. Und Astrologie ist ja eigentlich die Kunst, dass man sagt, okay, da werden Bilder konkret gelebt. Und die Kunst des Astrologen ist ja das zu interpretieren. Und in diesem Fall wäre das ziemlich klar, dass man sagt, diese Person hat eine Begegnung mit dem Gesetz. Also das ist einfach eine Begegnung mit dem Gesetz, mit dem, mit dem Recht. Und da muss man sich mit diesen Saturn-Themen auseinandersetzen. Und, und die Saturn-Themen würde ich jetzt eben individuell auf diesen Politiker nochmal runterbrechen. Und da sehen wir, sein Saturn steht ja da auf der Spitze 5, fünftes Haus. Das wäre auch so dieser, ich würde jetzt nochmal sagen, dieser Herrschaftsanspruch, dieser Rechtsanspruch, der da drinnen ist. Und der wird da geprüft, dass man nämlich sagt, okay, Momental, ist das, du bist da erfolgreich, du kommst recht weit, du kommst sehr schnell recht weit, du bist ein bisschen über drüber. Aber hältst du dich auch an die Regeln, die für alle gültig sind. Denn Saturn will, und das ist das Wichtige, der will ja nicht bestrafen, der ist ja nicht böse, sondern Saturn sagt einfach Momental, es gibt Regeln für alle und diese Regeln sind auch für dich gültig. Keiner ist außerhalb dieser Regeln, die sich ein Kollektiv ausmacht. Und das ist die Prüfung des Saturn und das wird da jetzt geprüft. Und das ist eben das Spannende. Man sieht eben hier in der Begegnung ist der Saturn die Begegnung mit der Rechtsstaatlichkeit und eben, wo man sagt, da muss ich mich mit diesen Themen auseinandersetzen und da muss ich einmal hinschauen auf diese Saturn-Themen. Und meines Erachtens nach wäre ja auch hier so diese, einfach so die Lösung, dass man sich das einmal eingesteht. Also wenn ich jetzt dieser Politiker wäre, oder wenn das konkret wäre, wenn man sich das jetzt mal eingesteht, dass man sagt, okay, ich stehe auch nicht über dem Gesetz, sondern ich bin in einer Position, wo ich eigentlich als Jungfrauensongener dienen sollte. Das heißt, ich bin ein Diener der Herde, ein Diener des Kollektivs. Die haben mich gewählt, dass ich diene und nicht, dass ich herrsche. Und das ist eben wichtig. Und ich glaube, dass das hier so diese Aufgabe ist. Und gerade wenn jetzt dieser Politiker sehr schnell sehr hoch rauf käme, ist das natürlich so der Punkt, ist das hier auch die Lernaufgabe, um die es geht, dass man sagt, okay, ich werde jetzt mit diesen Regeln konfrontiert und ich hoffe, die richtigen Schlüsse werden daraus gezogen. Also das ist sicher keine Zeit, wo ich sage, da rede ich mich ewig heraus. Und das wären da so diese Punkte, die Lösung meines Erachtens nach auch raus. Wie das ausgeht jetzt einfach vom Stand her, vom Saturn her, wie das ausginge, wenn man sagt, okay, da gibt es jetzt ein Gerichtsverfahren, gibt es da jetzt Einschränkungen aufs Berufliche, da muss man dann einfach schauen. Also da muss man schauen, wie lange sich dieser Prozess zieht, wie lange das Saturn, ob es da eventuell neue Aspekte hingibt, dann auch ins Berufshaus rein, das muss man sich anschauen. Aber grundsätzlich ist diese Person, also wenn es ein echter Politiker wäre, an sich so ganz gut aufgestellt. Also das wäre jetzt nicht so das Riesenproblem. Man kann nur wünschen, also wenn das wie gesagt eine echte Person wäre, dass man, dass diese Person lernt, wirklich die Essenz der Jungfrau, dieses Dienen, dieses sich zurücknehmen, das zu lernen. Und ich glaube, dass das auch eigentlich der Aufruf ist, dieser Demutaufruf, dass ich sage, Moment, ich kann mir nicht alles so drehen, wie ich es möchte, sondern es gibt gewisse Regeln, die sind für alle gültig, auch für mich und für mich besonders. Denn man sollte auch eine gewisse Vorbildwirkung haben, weil nur, dass ich schnell etwas erreiche, schnell erfolgreich bin oder schnell irgendwie hoch oben bin, auch über den Widder, der ist impulsiv, der stürmt nach vorne. Aber der Punkt ist ja, ich werde ja auch eigentlich dann, wenn ich ein öffentliches Amt bekleide, werde ich ja auch zu einem Symbol. Ich werde ja auch zu einem Symbol für das Volk. Und dessen muss ich mir bewusst sein. Das heißt, ich muss eigentlich der sein, der am klarsten, am saubersten, am reinsten ist, um auch die Vorbildwirkung, glaube ich, für das Volk, für die Herde zu haben. Denn sonst ist das bedenklich. Man sieht, wie gesagt, das ist ein schnellen Erfolg, dieses Aufstrebende alles. Das wäre da alles da in diesem Beispiel. Aber interessant ist eben die Begegnung mit Saturn. Und das führt mich eben noch einmal Politik. Also warum Politik? Ich habe es, glaube ich, bei dem Horoskop erläutert. Also wenn man sich das Geburtshoroskop nochmal anschaut, schnell. Wir haben die Sonne im Zweierhaus stehen. Das heißt, da strahlt jemand fürs Volk. Wir haben die Jungfrau, das ist Analyse. Wir haben das Volk im Zehnerhaus. Also das ist schon eigentlich, könnte ein gutes Politikerhoroskop sein. Aber wie gesagt, ist nur ein Beispiel. Jede Ähnlichkeit zu lebenden oder verstorbenen Personen ist natürlich rein zufällig. Und es ist auch keine politische Aussage meinerseits. Ja, da wären wir am Ende dieses Diskurses. Und interessant ist auch zum Thema Transit noch abschließend zu sagen, man muss keine Angst haben vor einem Saturn-Transit oder Pluto-Transit oder Neptun und so weiter. Sondern die Transite sind einfach, erinnern uns einfach an diese Aufgaben und an gewisse Kurskorrekturen, die wir vornehmen sollen. Also da geht es jetzt nicht darum, dass die böse sind oder schlechte Planeten. Sondern das ist einfach bezeichnend. Wenn so ein Transit kommt, könnte es sein, dass dieser Politiker eine Begegnung mit der Jurisdiktion hat, mit der Rechtsprechung hat, mit dem Gesetz hat, dass Saturn eben Fleisch wird. Und das ist spannend und das wollte ich nur an diesem Beispiel mal klar machen, wie Astrologie auch funktioniert. Das heißt, Astrologie ist die Kunst, dann zu deuten, diese Bilder zu deuten und möglichst konkret zu übersetzen, dass es verständlich ist. Ich wünsche dir eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal. Wenn dich Themen interessieren, astrologische Themen oder energetische Themen, dann schreib es mir einfach in die Kommentare und ich mache gern mal ein Video drüber. Ich bin Oliver Erany, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und ich wünsche dir eine gute Zeit, gesund bleiben und hab Spaß und Freude. Das ist das Wichtigste. Alles Gute, bis nächstes Mal. Tschüss.